Ich bin total aufgeregt, denn es geht los. Das Impro-Hotel auf Mallorca. Zum 30. Mal mit mir als Reiseleiter. Eine Woche Impro-Theater, Sommer, Sonne, Entspannung, Strand und Partys. Wer noch nicht dabei war, guckt es euch an auf www.improhotel.de und wer dabei ist, ich freue mich euch, entweder im Juli beim Classic Club, im August beim Classic Club oder im September beim International zu treffen. Gleich geht der Flieger. Tschüss!